Tom Hardy ist einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods. In den vergangenen Jahren feierte der 40-Jährige mit The Revenant und Mad Max Fury Road große Kinoerfolge. Derzeit ist er in der TV-Serie tabu zu sehen. Genauso anselig wie seine Filme ist auch das Instagram-Profil des Briten. Wir verraten dir 10 Gründe, warum auch du Tom Hardy auf Instagram folgen solltest. 1. Er ist tierlieb und postet viele Bilder mit seinem Hund. 2. Er hält sich nicht für den perfekten Hollywood-Star, sondern blödelt oft herum. 3. Er postet gerne Bilder aus seiner Vergangenheit. 4. Er beglückt seine Fans mit exklusiven Posts vom Set. 5. Er hilft Hunden, ein neues Zuhause zu finden. 6. Er postet auch Bilder von seinen hübschen Freunden. 7. Seine Bilder mit nacktem Oberkörper sind der Hammer. 8. Er ist ein Feminist und das ist auch gut so. 9. Er liebt es zu lesen und hat einen bezaubernden Humor. 10. Weil Tom Hardy einfach Tom Hardy ist. Ein toller Kerl. 10. thirtyens cutterm, kommt aus seiner Vergangenheit zurück! Nichts cutterm, kommt aus sniper Schaaf. 10. Seine Bilder mit mir. 10. Seine Bilder mit dir fallen aus seiner Vergangenheit. 10. Quiets联cast in tune stakeholders. 10. Seine Bilder aufgenommen.